ja Eddie holt sich morgen ein LAN-Kabel damit nicht mehr auf WLAN steht gute Idee Ich hab das bei mir allerdings erst relativ spät geändert, mit dem neuen Kabel fällt mir grad mal ein, ich hab das auch noch nicht so lange überladen. Vater erst mal sagt hier ne, Kabel verlegen, fand er auch wieder geil. Musik Boah, nicht im Ernst. Jetzt schmeißt das in seinen eigenen Spawn, der Uhrensohn. Wie er mich boxen wollte. Der stinker. War ich aufgehört zu schießen? Ich dachte, er wird tot. Ich richte ihn da hinten nicht kaputt. Toll. Scheiß Frontsonder, halt die Klappe. Die Kacke, Alter. Hä? 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 Da, wo er ich den denn bitte? Oh nein. Na, hab ich richtig gut geaimt, sagst du? Mein Kill. Keine Einheiten der Restplotte mehr in Sektor A. Boah, ich hab 5 Dollar. Geil. Die 65. 75. Er hat noch 1 HP. Wie oft mir das passiert, ey. Richtig gefickt, ey. Na hin. Ne. Boah, er hat die Bank gekämpft, mich gesehen, rennt raus und tötet mich. Ja, so ein Stück Scheiß, Alter. Oh, ich komm. Feindzeiten. Hopf wenn's hier nähert, zieht sofort zu zerstören. Ja, genau, der hat mich auch gefehlt. Ja, ich hab ihn wenigstens noch angeschossen. Ja, ich hab ihn wenigstens noch angeschossen. das ging fix anladen manuellen betrieb ich brauche Hilfe bei uns anladen 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 Downs Down Oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit BKM in Richtung das ist Klar Pkw in Richtung das ist Klar Neukle City aktiv Neukle City off If they go door Doppelschlag. 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 拉 Mad Grove. c Аб деревен. Украинство не зап churchover. Доzyka. ich hatte viel money dabei das ist natürlich bitter er ist mit dem falschen in den ring gestiegen ich bin echt nüchtern, ich bin auch nicht so viele Kanadenwerfen hier reingekommen ich bin zu laut da will einer absnacken da hat er nicht geschafft, wenn er auf geht ich liebe diese titan weiter kämpfen, ihr titan ist bald einsatzbereit gib mir irgendwas, worauf ich schießen kann überall freundliche titans, keine gegner zu sehen ich bräuchte mal ne bank, ich hab 1048 feindlicher titan, hilft mir mal eben, der ist fast down tobi achte mal jetzt auf die kohle die schlacht läuft gut, ich habe talentierte piloten hier alter junge ich habe meinen sold für die runde erledigt, 1000 abgegeben, das muss reichen das ist für mich geil das ist für mich 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 Nein, die Wand reicht aber auch. Manchmal reicht sie, manchmal reicht sie nicht. Hast du das richtig gesehen gerade? Wir haben keine Chance, das wird ein klarer Sieg für uns, gute Arbeit, Pillow. Oh nein. Das war kein Boot, scheiße, das war das gute alte Weizen. Ich hab nicht mehr viel Fett überraus. Keine Einheit, der Rest flotte mehr in Sektor B. Gut, jetzt haben wir gewonnen. Ja. 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 der ist nicht gestorben, oder? Lass sie nicht entkommen! Die alle tot. Jeehoo! Immer wieder geil. Die alle nicht so? Ich hab keine Abwehr. Jeige, ihr habt die Abwehr.